Guck mal, der Hund da. Ey, glaubst du, der wurde aufgesetzt? Den mag ich. Den nehmen wir mit. Guck mal, der hat ja einen Arm. Tri-tra-tru-la-la. Denkst du, das gleich wie ich? Ja. Komm, lass uns in die Küche gehen. Sag mal, was soll dat denn? Auf dem Teppich. Scheiße. Ja, scheiße. Der Hund. Lass dich hier nie wieder blicken. Scheiße, wo kommt deine Eltern nach Hause? Zwei Stunden. Scheiße. Scheiße. Machen wir jetzt. Ja, wir bringen zum Wäscher rein. Ja, okay. Perfekt. Hier war das Wettmobil. Ja. Wieso eigentlich Stepp-Mobil? Sind wir Deppen? Nein, ich bin Johnny Depp-Fan. Ach so. Beeil dich. Jede Sekunde zählen. Ja, Johnny Depp, ey. Das ist doch voll dich fuchtelnd. Nein, nein, nein. Ey, der ist echt cool, ja? Hast du die Flute Karibik gesehen, Mann? Ey, scheiße. Wo ist unser Dippmobil? Oh nein, das ist bestimmt geklaut worden. Scheiße. Unser Teppich ist im Müll. Sie haben ihn bestimmt da reingesteckt. Oh, scheiße. Jetzt ist es schon dunkel und es fahren keine Busse mehr. Wir kommen denn jetzt zur Wäscherei? Ja, du musstest ja unbedingt zu Roger Burger gehen. Ja, du wolltest unbedingt diesen scheiß Hund mitnehmen. Du wolltest den Hund mitnehmen. Nein, ich wollte den Hund mitnehmen. Ja, das sag ich doch. Ach, Mann. Na toll, das war's dann wohl. Hey, Junge. Wir haben doch noch fünf Minuten, bis die Wäscherei zumacht. Weißt du was? Wir können das noch schaffen. Jetzt nimm den Teppich und wir laufen davon. Ja, alles klar. Komm. Nein, so eine Scheiße. Nein, 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 nein. Boah, ist doch alles scheiße. Ah, der Teppich. Ah, fuck. Ah, ah, der Teppich. Ey, Jungs. Es gibt ein Problem. Was geht dich das an? Ich hab Erfahrung mit Problemen. So, wie neu. Jungs, ihr seid mir was schuldig. Na, nein, ja. Hey, was ist das denn? Ich kann alles erklären, wir haben nur eine Milchtüte. Was macht denn die Milchtüte hier? Ich bin, warum ich mich denn als An Kazina liga. Ich kann mich immer mehr... Ich br nights lustig. Wenn ich über mit mir Untertitelung des ZDF, 2020